äh kaki die schweiz kannst du ja nicht hier ist achtet was speichern speichern fortfahren er kann wieder ballern alle kaputt ballern ach wirklich schnell wie er sehe das wird richtig gut noch das wird noch richtig gut so was sind jetzt eigentlich warte mal erst mal dr settler muss jetzt mal in die kacke springen schmackofatius ich wollte gerade sagen halt ich mir bloß hier so was müssen wir ihm holen wie was ach so ist das westendische flieder ja wir wissen dass er giftig ist aber die tiere fressen ich sicher ziemlich ja gut mich selbst überfragt garten lady ganz ehrlich ne das wasser völlig hoch haben hat zwischen von schweine klaut das ist ja echt starkes wasser das war auch ein schönes spiel außer try and dry nicht der freunde so ein hechtsprung in so einen richtig großen kothaufen ist doch einfach wunderbar so war schon mal schon mal ein eis ja es ist überliefert das dino sauer einfach mal eis mögen lecker erfrischend wahrscheinlich jetzt wollen wir noch eine möhre und ein apple ein po apel jetzt werden wir noch einen apfel essen jeden tag ein apfel das ist was feines wir gamer annähern uns ja sonst mal ein bisschen ungesund darum mein apfelchen oder orange überlege noch kacki hoffen das ist wirklich sehr eigenartig aber erst mal oh guck mal hier und klingelt kein nickelchen ja und so normal ist die geile kanne bäumchen pflänzchen gut jetzt wisst ihr warum ihr auf diesem channel keine jump and run sieht ja sogar wahrscheinlich schieß er so doch das hat ledig alles richtig gemacht Ach so, läuft das hier also ab. Plüpp, 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 plüpp. Appel? Wollt ich hier runterballern? Oh. Äh. Einfach, bam, vor den Headnacht hier. Okay, das waren so viele Münzen. Das hat nicht gereicht. Ist aber schade, ne? Nicht wahr nicht? Ah, jetzt. Jetzt sieht's los. Das ist interessant. Ihr geht. Schon okay? Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Wir sollten uns aber beeilen, damit wir das Besucherzentrum erreichen, bevor uns der Sturm erwischt. Erstmal gehen wir ab hier als, äh, 3 CR-Tops. Wie konnte ich denn hier rennen? Oh. Jetzt geht's ab, Alter. Jetzt geht's richtig los. Hallo, Häschen. Wo ist die noch? Das ist weh. Können wir denn die große hochrennen? Oder bräuchten wir da ein anderes Tier für? Nein, die können wir auch so rennen. Oh. Geilo. Und jetzt. Haha. Oh. Oh. Räumig. Ja, warte doch. Bitte. Jawoll. Aber das schafft. Geilo. Geilo, sich auf den Baumstamm halten kann. Ja. War mit Dino-Chin? Äh. Hallo. Ja, nein, vielleicht. Worte dunkel übrigens, Freunde. Ist aber nie so schön, nicht? So, was war ich hier? Ach so, ich war Dr. Settler. Aber eh, jetzt kommt mit Wunderwasser. Mhm. Mit Wunderwasser wird einfach alles besser. Alles schön. Platz, ja. Der Baum ist auf die Schalttapel für das Tor geführt. Oh, nein. Ach, das ist doch cool. Das macht Spaß. Bäm, Alter. So kann man auch schön, äh, die ganzen Münzen farben. Geil. Die sollen wir ohne oben, denn können wir ein bisschen bauen. So, es geht wieder große Hecken los. Wahnsinn. Ist aber nur schön. Ach, die Musik. Dick schliefernd. Dino Power. Sollte sich eigentlich Personal befinden, um die Leiter von diesem Steg herunterzulassen. Aber ich kann es Ihnen nicht verübeln, sich mit dem Wetter einen Unterschlug zu suchen. What? Ist doch wohl eine absolute Frechheit, hier den Dienst nicht anzutreten. Aber na gut. Recht hat er eigentlich. Hm. 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 Was? Oh, hier ist ein Kacki-Haufen. Schauen wir uns erstmal um hier. Da brauchen wir sie. Das sehe ich jetzt schon. Ist irgendwie eine Aufgabe für Dr. Settler. Möchtest du das eigentlich mit dem Dino alles kaputt machen, da? Das geht ihm jetzt schneller. Ihh. Da spült die Rimm. Ja, ist schon ein bisschen eklig. Das ist ein Kugel gefunden, natürlich. Tatsächlich ein Dino gefressen. Oh. Achso, andersrum. Natürlich. Uhrzeigersinn. Ob er diese ganzen komplexen Geschichten auch wirklich zu bauen kann bei Lego? Ich weiß es nicht. So, Dino. Triceratops. Platz hier. Der ist da deutlich angenommen, als wenn ich jetzt alles kaputt schlage. Geht das so viel flüssiger. Die Münzen kann man auch viel schneller sammeln, so nicht? So. Achso, ne. Sie muss ja hier noch durch. Oh. Komm. Ich hab sie aus Versehen gekillt. Oh, geil. Jetzt nochmal Münzen. Fett. So. Auf geht's. Uhu. Wie oft hab ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen. Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungspikes und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an? Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der acht Connection Machines vernetzen und zwei Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe! Dennis Nedry. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Oh, oh. Oh. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn Sie nicht überleben. 1,5 Millionen Euro für alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr. Am East Dog. Freie Spiele freigeschaltet. Geilo! Na, da gibt es doch Trophäenmanifest. Obwohl ja eigentlich ab morgen erst dieses Spielefest bei Playstation beginnt. Aber egal. Kommt, Leute. Was soll's. Ich glaube, mit dem konnte ich sowieso nicht angemeldet. Ich glaube ich. Zumindest. Geil. Da waren drei Stück, ne? Das ist sehr schön. Ich werde jetzt mal kurz eine kleine Pause machen, da mir meine Blase ganz schön explodiert. Ihr kennt das Spielchen. Ihr kennt das ja. Dann war, was habe ich denn? Dann gab es gleich übersprungen. Dann machen wir gleich weiter die Geschichte, ne? Also. Bis gleich, Freunde. Willkommen zurück. Da sind wir wieder. Es ist immer wieder lustig zu sehen, wie der Chat, wie der Chat, wie der Stream zu mir ständig sagt bei Twitch, ist instabil. Was ich gar nicht verstehe. So. Keine Angst. Cam geht gleich weiter. Wir wollten ja eigentlich die Geschichte weiterspielen. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Ins Auto... Ah, ins Auto rein. Wir müssen jetzt zum Tiergehege, glaube ich, oder? Dreht die Kamera sich nicht von alleine? Nien. Aber ich kann wechseln zwischen den anderen. Die Frage ist nur, wo geht die Story weiter? Hier, oder? Ja, moin. Hier gab es einen Felsrutsch. Aber das kann man ja sehen. Das ist in der Tat sichtbar, ja. Und das heißt jetzt für uns... ...müssen wir agieren. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Komme. Ich bin auf den Baum geklettert, um einen Brachiosaurier zu streicheln und... Na klar. Komm. Für dich tue ich alles. Ist es jetzt unten? Hä? Ach so. Oh. Ich muss ja die Taste drücken. Entschuldigung. Wollte ich nicht trollen, oder so. Dafür werde ich mich revanchieren. Hiermit kann man Dinosaurier das Gehege locken. Das kann sehr nützlich sein, wenn man eine Mauer durchbrechen möchte. Aha. Aber sag den Arbeiter nicht, dass du das von mir hast. Natürlich nicht. Ach, hier kann ich mir ja eigene Dinos jetzt, glaube ich, bauen. Oder zumindest kann ich die hier bei rufen. Und die brauche ich ja nicht irgendwann später. Um die goldenen... ... ... Steine und so zu sammeln. So, erst mal zerstören. Dafür bräuchte ich irgendwelche anderen Dinos. Ah, guck mal hier. Wie auch gleich das Wetter umschwingt, oder? Boah, gleich dramatische Musik. Und wieder schöne Musik. Nein, doch jetzt. Okay. Hier ist nichts zum Bauen, wie ich sehe. Da ist nochmal eine kleine... ... ... ... ... Da braucht man eine andere Dino für. Äh... Oh, was ist denn mit euch? Komm. Bam, Junge. Alter, halt mal auf damit. Zack, Junge. Leg dich nie beim Triceratops an. Triceratops. Da war der ja keine 3C hier. Komm sofort. Musst du hier noch ein bisschen was zerstören. Zerstörungswut eines Dinos. Sollte man nicht aufhalten. Wer will mich noch aufhalten? Keine. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. So. Ist auch noch kaputt. Hier. Warte mal. Kann man drehen? Das kann ich doch kaputt nehmen, oder? Okay. Das war ein Durchgang. Abkürzung oder irgendwas. Was? So. Komm ich da rein? Ein roter Stein. Ich weiß gar nicht mehr, wozu die roten Steine eigentlich waren. Waren die für Sheets oder so? Das ist ein goldener Stein. Da kommen wir erstmal nicht hin. Ja, sehr schön. Ja, okay. Einfach mal spontan umlaufen. Hm. Ich kann mir gedacht, ich kriege die vielleicht kaputt mit dem Gino jetzt. Kann ich die überhaupt hier oben spielen? Ne, ist schon weg. Damn it. Okay, dann müssen wir wohl hier. Ich kann hier mal speichern. Ne, ist die Karte. Die Karte will ich nicht. Hä? Wer schreibt denn hier? Äh, na ich. Wo soll ich denn hin? Ach so, hier. Ah so. Das habe ich nicht gesehen. Absolut. Mal kurz gucken, wie die Quali bei dem Stream aussieht. Oder sieht man nicht. Hey Gary. Rächt nice aus, ne? Na los. Jo. Das sieht ganz gut aus. Muss ich zugeben. Ich dachte jetzt, weil er wirklich ganz instabil steht, dass irgendwas abkackt oder so. Aber das sieht ganz gut aus. Wird ja mal schauen, wie das aussieht mit Cam. Das ist ja beim ersten Mal neu hier. Gucken wir mal, ob die Einstellungen... Ja, sind top. Schauen wir gleich noch mal. Muss ich gar nicht über das Handy machen. Es ist leider so. Aber... Oh, sieht alles fantastisch aus. Zumindest auf dem Handy. Bin ich sehr zufrieden. Nicht? Ja. Also. What the gates? Ach so, ich wollte mal gucken, wie in der Kameraposition... Muss ich mal ein bisschen hin und her schalten hier. Bei keinem zweiten Bildschirm. Aber das ist auch top, ne? Die Karte... Ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig, dass man die sieht, oder? Aber ihr könnt es mir ja schreiben. In die Kommentare und... In den Chat. Und so, ne? Da bin ich ja ganz offen. So. Wir wollten Auto fahren. Wo die Story fahren, train mir. Oh, oh. Dankeschön.